Ja, Marc, das ist so jung, das ist so. Ja, das ist so. Herzlich willkommen bei Camus Suisse. Mein Name ist Jonny Prinz und Renato Amarca di Doraz. Wir sprechen von einem richtigen Sachwert, nämlich Opalituf, Quarzit und Diathomite. Wir reden sogar, wie man das tokenisiert, aber nicht nur einen Sachwert, sondern auch Aktien. Das Ganze zeigen wir an Beispiel der Firma TH Mining. TH Mining bietet beides an, tokenisiert. Und wir freuen uns, wenn wir euch mehr darüber erklären können. Rautet an, schreibt uns, meldet euch bei der Camus Suisse. Bis dann. Herzlichen Dank. Wir gehören voneinander. Mein Name ist Florian Padrut und wir sind hier in der Kellermechanischen Werkstatt. Die Kellermechanische Werkstatt haben wir vor sechs Jahren erworben und das ist von Anfang an die Idee gewesen, dass alle Leute, die hier arbeiten, auch beteiligt sind. Für diesen Zweck haben wir ein Holding gegründet, welcher von der Bank und von mir finanziert ist. Und so konnten die jungen in die Uni grosse Mittel einsteigen und sich ihre Zukunft selbst gestalten. Wir hoffen, dass wir mit viel Gewinn in der Zukunft rechnen können. ein ein